Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, das ist der Abreisevlog. Nicht wundern, ich bin noch im Schnitt. Eigentlich sollte es ja um 9 Uhr kommen, aber ich war gestern Abend einfach viel zu müde, um da irgendwas sinnvoll zu schneiden. Deswegen wird es gestern ein bisschen später kommen, weil da auch noch paar Sachen drin sind, die ein bisschen aufwendiger sind und ja, wir sehen uns dann einfach erst dann, ja, dann gleich, wenn ich dann alles zusammenräume und ja, und dann geht ich wieder nach Hause. So meine Damen und Herren, der Schnitt ist fertig. 55% haben wir schon hochgeladen oder sind auch ein Weg auf YouTube. Ich räume hier erstmal ein bisschen auf, weil das sieht hier echt alles ein bisschen sehr schlimm aus. Hier alles erstmal ordentlich machen, Lichter müssen zusammengepackt werden, die Technik muss ja alles wieder eingepackt werden und dann geht echt auf jeden Fall. Für mich heute ja noch wieder nach Hause und ich habe wieder das Mikrofon dabei. Mir ist aufgefallen, in manchen Videos ist auch mal die Übertragung sehr gut, manchmal auch nicht. Leider tut es mir dann teilweise auch leid, weil ich dann auch immer nie so wirklich sehe, ob das dann irgendwie passt oder passt nicht. Ich werde mich auch auf jeden Fall darum kümmern, dass ich für nächstes Jahr deutlich bessere Technik dargeben würde, dass ich auf jeden Fall dann auch mit aufnehmen sollte. Ich habe ja auch den Audio-Rekorder mit dabei. Der hat ja auch echt sehr guten Ton gemacht. Dann ein bisschen zusammen tun, dann klappt ja eigentlich alles. Aber manchmal war der Ton doch nicht so toll, wie ich eigentlich dachte. Keine Ahnung, warum gehört wie so. Musik So, wir sind mit Einpacken soweit fertig. Ähm, er hat ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich erwartet habe, eineinhalb Stunden, knapp zwei Stunden zum Einpacken, ja okay, ähm, ja, ich räume das alles nicht noch nach unten und dann geht er auf nach Hause. Die Grems kommt, ist vorbei und der Fall auch für mich ist vorbei, leider gibt es keine ordentliche Abmord, aber trotzdem wünsche ich euch einen schönen guten Tag, wir sehen und das nächste Mal wieder hier auf meinem Kanal, bis bald, tschüss, tschau.